Hallo, hier ist wieder euer Matthias Frank von Prekina. In dieser Woche ist wieder ein bisschen Hintergrundgeschichte dran. Bei den April-Neuheiten findet sich dieser Truck. Das ist ein Volvo F89 von Ed Shirley. Was verbirgt sich dahinter? Ist es eine normale Spedition oder ist es etwas Besonderes? Ganz klar, es ist etwas Besonderes. Ed Shirley ist 1948 geboren. Er war Lkw-Fahrer und in seiner Freizeit faszinierten ihn Theater, Kultur, Konzerte und so weiter. Und zusammen mit Roy Lamp, einem professionellen Licht- und Tontechniker, verband er sein Hobby und seinen Beruf und gründete das Unternehmen Ed Shirley Trucking, EST, mit dem Zweck, es sollte nur ein einziges Gut transportiert werden bei ihm. Das ist das Equipment bei Rock-Konzerten. Daraufhin hat er sich spezialisiert und er war der Erste, der das verbunden hat. Seine Lkw-Fahrer waren gleichzeitig auch sehr ausgebildet im Umgang mit Licht und Ton und es war nicht so wie bisher, dass eben der Lkw-Fahrer das Zeug brachte und dann verschwand. Seine Fahrer haben gleichzeitig beim Aufbau geholfen und deswegen wuchs sein Unternehmen rasend. Das sprach sie sofort herum. Bereits drei Jahre nach der Firmengründung hatte er die ganz Großen an der Angeln 1977 bereits, war er für Peter Gabriel unterwegs, hat die komplette Peter-Gabriel-Tour gestemmt mit dem kompletten Equipment. Seine Firma wuchs und wuchs und wuchs. Irgendwann hat er eine zweite Firma gegründet, den Bühnenbau. Er hat dann alles aus einer Hand geboten. Bühnenbau, Transport, die Installationen, alles komplett selbst gemacht. Er hat alle großen Touren gefahren. Die Rolling Stones, Bruce Springsteen, Madonna. Er war für Queen immer unterwegs. Brian May war bis zum Tod von Ed Shirley eng mit ihm befreundet. Sie hatten zum Beispiel 1985 bereits die Bühne gebaut für das große Live Aid Konzert, was Bob Gildorf damals organisiert hatte. Firma wuchs und wuchs. Größte Tour, die er jemals gefahren hatte oder die das Unternehmen gefahren hatte, war 1997. Die Dangerous World Tour von Michael Jackson. Damals waren unglaubliche 97 Trucks unterwegs von Ed Shirley, die sich nur mit dem Bühnenaufbau und mit dem Equipment und mit der Ausrüstung zur Tour beschäftigten. Zu dem Zeitpunkt war Ed Shirley schon nicht mehr im Unternehmen. Er war damit zufrieden, das Unternehmen groß gemacht zu haben. Er hatte viel Freude daran und hatte dann Anfang der 90er umgesattelt. Auch äußerst erfolgreich übrigens. Er hat im Osten Londons ein Filmstudio aufgebaut, die Three Mills und hatte auch dort den richtigen Riecher, denn in seinen Filmstudios wurde die Urversion von Big Brother in England damals gedreht. Sein zweiter beruflicher Werdegang. Zu Unternehmen gibt es weiter. Heute fahren die noch so. Auch heute immer noch die Nummer eins im Konzertbusiness. Wer bei den Rolling Stones oder bei den Großen in München, Dortmund oder wo auch immer war und auf die LKWs geachtet hatte, dem sind die bestimmt schon untergekommen. Slogan, ganz witzig, typisch passend zum Rock'n'Roll. Der Slogan war schon seit Anfang an, you rock, be roll. Auch das in meinen Augen völlig grausame Design, lila und gelb. Hatten sie mal in einem Interview gesagt, das ist ganz einfach entstanden. Sie mussten Mitte der 70er Jahre schnell entscheiden, welche Farbe die LKW bekommen sollten. Und dann lag von der Mutter von Ed Shirley in der Küche eine alte Einkaufstüte rum, von irgendeinem x-beliebigen Supermarkt und da waren eben diese lila und gelben Streifen drauf. Dann haben sie die der Einfachheit halt einfach übernommen. Und so ist das bis heute gültige gelblila Design entstanden. Wie gesagt, Modell ist bei den April-Neuheiten dabei. Ich hoffe, Sie finden das Modell genauso interessant wie wir und haben sich ein bisschen gefreut, ein bisschen was aus dem Hintergrund zu diesem Modell zu erfahren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis demnächst.